3. Du machst neue Bretter. 4. 5. Ich muss schon wieder den Bambus gießen. 5. 5, 5, 5. 5. Wie gesagt, da passen ja eigentlich 9 rein, aber da hat sich irgendwas jetzt mit dem Update, wo das Spiel jetzt abgestürzt ist, irgendwas vertan. So, Bretter. So, das ist jetzt für das Kupfer. So, und dann fangen wir... Warte, dann mache ich hier. Sag mal, ich habe bei Kebab mal den Muffin versucht, habe aber im Mittelwert immer nur 96, genau wie du. Was machen wir falsch? Ich würde sagen, gar nichts. Ich weiß es nicht. Hauptsache, schmeckt und Hauptsache, wir kriegen die Kochmützchen. So, wie viele Bretter brauchen wir da? Acht. Also vier. Dann, ups, speichern. Und dann kann ich endlich diese Samen-Tütchen, die hier rumfliegen, auch wegpacken. So, äh, du bist wieder so ein Riesen-Bambus, ne? Ja. So, dann werde ich das jetzt hier nochmal kurz... Drei, 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 komm hier rein. Und... Ist der schon fertig? Ja. Der muss ja auch gießen. Auch wieder wahr. Was ist das für eine Art Spiel? Survival-Aufbau oder so? Das, was ich jetzt hier spiele? Äh, hier fehlt auch ein Samen-Tütchen. Was ist denn hier los? Ähm. Ich habe es heute schon mehrmals erklärt. Das ist ein... Ah, da steht es ja. Ein Sim. Genau. Ich hole nochmal kurz Wasser. Also, ich habe einen Supermarkt in der Wüste von meinem Onkel oder Opa, wie gesagt, ich kann es mir nicht merken, geerbt. Und wir müssen hier alles selber herstellen. Der Supermarkt ist noch gar nicht auf und wir haben noch gar nichts hergestellt, weil wir jetzt erstmal hier alles für die Herstellung vorbereiten, dass wir hier, äh, Obst, Gemüse und so weiter anpflanzen können. Und, äh, da kommt später noch, äh, wie gesagt, wir haben später noch Tiere, also eine Farm, ähm, da kommt ein Hotel dazu, da kommt eine Tankstelle dazu und so weiter. Also, wir haben hier sämtliche Simulatoren, die du dir vorstellen kannst. Eine Imbiss kommt dazu, äh, also so ein Hotdog-Wagen, so, äh, wir haben hier sämtliche Simulatoren, die du dir vorstellen kannst, in einem. So, ist der, ne, der ist, der, der wird dann, ja, okay, der ist verbackt. So, hier hatte ich Holz reingetan. Auch mal ein schöner Ansatz. Ja, ich kann von dem Spiel auch gar nicht genug kriegen, aber ich wollte den noch gar nicht spielen, weil ich wollte erstmal warten, dass ein paar Sachen noch mehr rauskommen. Nun wollte ich, äh, also, wollten Zonbüra und ich heute weiter Welcome to Paradise streamen zusammen. Aber Zonbüra ist krank geworden. Und deswegen musste ich mir jetzt spontan, ganz schnell, innerhalb von einer halben Stunde, bevor der Stream anfing, weil da habe ich das erst mitgekriegt. Zonbüra hat mir zwar rechtzeitig geschrieben, aber ich, Trollo, habe es nicht rechtzeitig gelesen. Ähm, und da musste ich innerhalb von einer halben Stunde hier schnell den Text und, äh, was weiß ich, und schnell, was spielst du denn jetzt? Und, äh, äh, wie viel kostet der Spaß? Ist das gerade im Angebot für 14,79 oder sowas? Der ist wohl noch nicht ganz fertig. So, dann holen wir jetzt noch das Silber. Dann haben wir alle Komponenten da. Das Silber, zumindest die, die wir brauchen. Das war Alu. Silber. Silber. Ah, danke, Heinz. So, jetzt haben wir von den Erzen alles da, was wir erst mal brauchen. So, kann ich den verbackten Bambus hier schon? Ne, das scheint noch nicht fertig. So, ich brauche nämlich nur ein Bambus, um das Ding hier fertig zu machen. So. Und jetzt kommt hier erst mal das ganze Eisen hin, damit es hier mal nicht mehr so verrumpelt aussieht. So. So, und während ich hier aufräume, kann ich, ja, hier mal die Kohle reinhauen. Das ist dann auch die letzte, die ich habe. Dann können hier nämlich die Barren, während ich hier aufräume, fertig werden. Brennst du noch? Du brennst noch? Brennst du noch? So, du fliegst mir hier zu weit durch die Gegend. Also, das war Silber, Gold, Kupfer. So, dann haben wir hier Kupfer. Oh, ich habe die Palette noch gar nicht fertig. Habe ich gerade gesehen. Kupfer, Kupfer. Ich glaube, das Lernprogramm will was von dir. Taste B. Das ist das Ding hier. Das ist die Wassermaschine. Aber ich muss jetzt die unterschiedlichen Komponenten herstellen. Die erste liegt hier schon. Und dafür brauche ich jetzt halt Goldbarren, Kupferbarren und so weiter. Und das, da arbeite ich jetzt gerade drauf hin. Und jetzt muss ich erst mal kurz die Paneele putzen. Hast du die Mod schon gefunden beim Supermarkt, wo du deine Kassierer auf ein erträgliches Maß stellen kannst? Ja, aber ich habe die gar nicht gesucht. Das Let's Play ist auch erst mal fertig. So, dann haben wir hier die vier Gold. Hauen wir hier mal rein. Das Let's Play ist auch erst mal drin. So, dann... 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 Dann gucken wir gleich nochmal, was der verbackte Bambus hier macht. So, der ist jetzt weg. Weil ich konnte jetzt auch keine neuen Tütchen mehr hier anpflanzen irgendwie. Keine Ahnung. Weil ich konnte ja jetzt gar nicht gucken, was das Update beinhaltet. Der hat mich ja hier einfach rausgeschmissen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriege hier keinen mehr rein. Und das ist jetzt nur noch 6. Vorher waren es 9. Oder ist es wirklich irgendwie ein bisschen buggy jetzt nach dem Update? So, Gold. Gold. So, dann packen wir die 3 Silber rein. Oh, wo muss ich lang hier? Noch ein Silber. Und dann machen wir jetzt mal das Kupfer noch fertig. So lange, wie das hier brutzelt. Das war fertig, das war fertig. So, jetzt machen wir hier weiter. Ich muss den auch schon wieder gießen. Also, wenn das Ding hier weiter verbackt ist. Also, wenn das beim Neustart dann noch verbackt ist. Ich hoffe, dass sich das nochmal einkriegt. Ansonsten würde ich das Ding gerne neu bauen. Da muss ich aber gucken, wie. Doch, den Bauplan habe ich ja. Und der kostete 4 Bretter und irgendwelche Erde. Ach nee, ich habe ja noch keinen Kompass da. Das ist jetzt hier auch so dunkel. Ich glaube, dass ich heute nochmal fertig werde mit dem Verräumen. So, hier haben wir Bretters. So, machen wir schon mal Kupfer durch. Ach, jetzt ist es ausgegangen. Okay. Also, ich packe das Kupfer hier rein. Dann fliegt es hier ja nicht rum. So. So, jetzt räumen wir aber erstmal hier. Wenn er nicht gestorben ist, dann räumt es nur heute. Dass wir hier mal einen Tanzsaal haben. Heute früh 8 Uhr oder so. Spiele so gemütlich Supermarkt. Sim beerdt mich eine Hornisse mit einem Besuch. Mann, war die laut. Oh Gott. Na, ich habe hier überall Fliegengitter dran. Und tagsüber habe ich die Fenster hier eh zu, weil ich an zwei Hauptstraßen wohne. Und aber nach hinten raus auch die Gärten sind. Und mir das dann hier zu laut ist, wenn dann hier tausend Leute im Garten und die ganzen Gerüche dann, wenn die grillen und was weiß ich nicht alles. Ich meine so früh morgens noch nicht. Aber das ist dann so wie Osterfeuer. Ja. Ich mache hier dann immer erst abends, wenn es dunkel ist, auf. So, das Eisenerz haben wir jetzt verräumt. So, hier wachsen... Ja, hier wachsen irgendwie nur noch sechs Bambus. Ich kriege da keinen Samen mehr rein. Nee. Wie gesagt, ich muss das beobachten. Ja, ansonsten habe ich erst mal Pech, weil ich auch diese Erde da nicht machen kann. Wie gesagt, also ich meine... Finde ich, wie gesagt, nicht in Ordnung, dass hier, wenn sie ein Update machen, dass das ganze Spiel sich raushaut. Das ist bei anderen Spielen auch nicht. Also habe ich... vielleicht einmal oder so erlebt. Und dann haut es dir das natürlich kaputt, wenn du am Spielen bist. Ach, da muss auch mal wieder was rein. Oh, wie... Na, okay, wir können die noch mal voll machen. Drei... Ich muss eh gießen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, dann haben wir hier Kupfer. Fliegengitter helfen aber bei so einem Tierchen auch nur für die stabilen Varianten. Ja, die habe ich ja. Mit Rahmen. Das ist Silber. Okay. Silber, Gold. Okay. Dann habe ich hier noch zwei Kupfererze. Da muss ich halt, wie gesagt, die Paletten jetzt noch fertig bauen. Silber, Gold. Dann brauche ich noch eine... noch eine Teil... der Palette. Das war Silber und Gold unterbringen. Dann brauchen wir noch Alu und Kobalt. Okay. Die müssen wir auch noch fertig machen. Die ist für Ton. Hier ist was los. Nee, warte. So. Dann packen wir hier jetzt die Goldbarren hin. Drei. Drei. Ich habe da nur Stoff hängen. Das hilft gegen das kleine Viehzeug. Die Hornisse bringt das Netz mit rein. Ja, okay. Nee, nee, das sind richtig stabiler. Ich weiß gar nicht, wie dieses Material heißt, woraus die Gitter sind. Okay, das lasse ich hier mal liegen. Die Barren schleppe ich schon mal da hinten hin. Dass ich weiß, dass das andere sind. Ja, die Säge lässt sich leider nicht ausstellen. Weil ich räume jetzt nämlich nur noch auf hier. Ich gieße jetzt. Und dann mache ich hier Feierabend. Ich wollte gar nicht so lange machen. Jetzt habe ich schon eine halbe Stunde länger gestreamt. Weil, wie gesagt, morgen klingelt der Wecker wieder um 5. Mit so einem Büra hätte ich auch nur bis 21 Uhr gestreamt. Aber ich muss noch Essen und... Also Abendbrot essen. Mittag und... Frühstück habe ich schon gegessen. Und dann geht es aller, 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 aller spätestens um 10 ins Bett. Deswegen streame ich eigentlich in der Woche auch nicht. Sondern samstags immer um 17 Uhr. Nur so ein Büra, der... Wir haben halt dieses Spiel gemeinsam. Welcome to Paradise. So ein Büra streamt nur in der Woche. Von Montag bis Donnerstag. Und da habe ich gesagt, okay, für ein Spiel, da gucke ich dann mal... Wann ich dann mal in der Woche streamen kann. Weil, wie gesagt, ich bin berufstätig. Ich habe einen Haushalt. Ich habe meine Arzttermine. Und dann mache ich so mal noch meine YouTube-Aufnahmen und so weiter und so fort. Und dann irgendwann möchte ich auch mal privat spielen, ohne aufzunehmen. Die Leute, die nicht streamen, die wissen das nicht. Also es ist anders, wenn du spielst... Für dich und du die Klappe hältst oder du die ganze Zeit sabbeln und moderieren musst. Das ist anders. So, dann habe ich jetzt hier alles fertig. Und dann würde ich sagen... Ich mache heute den Stream dann aus. Hatte mich schon gewundert, deswegen vermutlich Draht. Na ja, Draht ist es auch nicht das... Ach, ich weiß nicht. Wir haben die Netze auch schon mal ausgetauscht, weil die auch schon mal Löcher drin hatten. Weil sie hier natürlich zu einer gewissen Jahreszeit schreddern die doch hier immer, die Sträucher und so. Und dann standen die mit ihrem Schredder genau unter meinem Fenster. Und dann sind diese Holzsplitter durch die Gegend geflogen, die großen, und haben dann hier meine Fliegengitter zerfetzt. Also da waren dann richtig Schlaglöcher drin. Die habe ich dann erst mal geflickt, weil es gibt so eine Reparaturwand. Und dann haben wir sie mal ausgetauscht. Aber ich habe schon wieder solche Schlaglöcher drin. Die stehen immer genau unter meinem Fenster. Und die sagen nie Bescheid. Und wenn du dann das Fenster aufhast, ist deine ganze Bude dreckig. Okay, so. War sehr schön heute. Danke wieder fürs Vorstellen. Da hast du wieder was Tolles entdeckt. Dankeschön. So. Oh ja. Ja, habe und werde wohl auch wieder streamen. Mal sehen. Ja, Hallöchen. Pity. Ja, The Beer Cave. Ja, du kommst pünktlich zum Feierabend. Danke. War schön, dir zuzuschauen. Schönen Abend noch. Okay, ihr Lieben. Danke, dass ihr da gewesen wart. Und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend. Schlaft schön. Und ich bin dann wieder am Samstag, 17 Uhr. Und ich werde erst mal Scott Whiskers zu Ende streamen. Und es dürfte ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Aber das ist halt total witzig. Ne? Wünsche dir morgen einen stressfreien Tag. Tut mir leid. Morgen ist der stressigste Tag. Ich habe morgen Bürotag. Und dann habe ich morgen Nachmittag noch einen Arzttermin. Also morgen ist von dieser Woche der absolute Kampftag. Na, dann einen schönen Abend. Wir hören uns ja. Okay. So, ihr Lieben. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.